Eine Nachricht der Schlange. Hört ihr auch diese Schritte? Gefahrter Tod ist auf dem Weg zu euch. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Das Volk scheint euch nicht geneigt zu sein. Na, jetzt haben sie mir da oben auch alles abgebrannt. So ein Scheiß. Den hier mache ich dann als erstes weg, den roten. Oh, dass ich es hier unten nicht gleich gesehen habe, das nervt mich jetzt ein bisschen. Hätte ich jetzt die ganze Zeit nicht diese Nahrungsprobleme gehabt. Eine Nachricht zur Schlange. Ah, ihr stellt meine Geduld wahrhaft auf die Probe. Noch einmal lasse ich das nicht durchgehen. Es werden Rekruten benötigt sein. Eine Nachricht der Schlange. Was für ein Held. Nun, ich habe eine Überraschung für euch. So, noch eine Eisenmine. Und eine Schwertschmiede brauche ich bitte. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Rücken aus. Ah, die da hinten kriegen ganz schön Probleme. Da sollte ich demnächst auch noch ein paar hinschicken. Ach ja, und ich habe jetzt auch mal das Bild hier ein bisschen angepasst. Hatte ich vorher eigentlich auch schon mal gemacht, aber das wurde irgendwie wieder zurückgesetzt. Da hatte ich noch dieses Stark-Wappen aus Game of Thrones drin. Aber jetzt dachte ich mir, nehme ich einfach mal das Profilbild, was ich auch auf YouTube habe. Passt dann vielleicht doch ein bisschen besser zu den neuen Thumbnails. Ach, die Nahrung wieder. Das ist eine Nachricht der Schlange. Was? Ihr lebt nach? Na, nicht mehr lange. Wir benötigen Holz. Die Leute verlassen die Burg. Das sieht nicht gut aus. Es werden Rekruten benötigt sein. Vor allem, die Balliste hier schießt ja nicht mehr, weil ich da ja keine Baumeister drin habe. Ich könnte jetzt natürlich nochmal neu starten und dann die Nahrung da von Anfang an nutzen, aber das wäre auch irgendwie ein bisschen lame. Nee. Ich glaube, wenn, dann mache ich jetzt schon so weiter. Das Volk ist sich euer Nicht-Sicher-Seil. Das Volk glaubt, das Volk ist sich euer Nicht-Sicher-Seil. Na komm, geh über 50. Sehr gut. So, und jetzt auf halbe Rationen. Oh, ich mache mal ein bisschen mehr die Lauterung. Das ist ganz schön warm hier. Denke mal, das sollte in der Aufnahme jetzt nicht so laut zu hören sein. Im Stream hat es ja auch immer ganz gut funktioniert. Warum geht es hier jetzt wieder runter? Das Volk ist sich euer Nicht-Sicher-Seil. Unsere Lebensmittel-Vorräte wachsen, Seil. Das Volk ist sich euer Nicht-Sicher-Seil. Unsere Lebensmittel-Vorräte wachsen, Seil. Das Volk ist sich euer Nicht-Sicher-Seil. Ach, der Angst fokt dann nicht runter, weil so viele neue Leute da waren. Gut, dann machen wir das mal so. Und so. Und dann sollte das jetzt eigentlich wieder passen. Ah, hier sind keine Orkschen noch mehr da. Wir benötigen Holz. Oh, ich setze ich mal auch nochmal neu. Ich habe hier keine Orkschen. So. Dann haben wir das Problem auch gelöst. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Mein Herr? In Bewegung. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Eure Befehle? Rücken aus. Aber hier geht man da hinten hin. Wir benötigen Holz. Och ja, ist ja gut. Ich kaufe hier schon Holz. Ich habe halt kein Geld mehr, wenn das so weitergeht. Okay. Ich hoffe mal, die Aufnahme hat gestartet. Denn das hier wird eine etwas längere Runde. Mal gucken, wie spät wird es jetzt überhaupt? Das ist schon halb sechs. Ich denke mal eine halbe Stunde nehme ich noch auf und dann mache ich erstmal Pause. Ich wollte nämlich noch zum Sport, bevor ich nachher noch mit die Fotos wieder streame. Wir benötigen Holz. Och ja, ist ja gut. Ich kaufe ja schon wieder. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Eine Nachricht der Schlange. Ert ihr auch diese Schritte? Der Gelbe nervt aber irgendwie am meisten. Okay, der Rote kommt auch. Okay, die greifen alle gleichzeitig an, ne? Oh ja, die greifen mich gerade alle gleichzeitig an. Okay, das könnte hart werden. Los, schnell, hoch da. Gott sei Dank, wir nutzen nur Trash-Truppen. Aber ganz schön viele Bogenschützen. Aua, das tut weh. Okay, schnell ein paar Schwertkämpfe. Jetzt bin ich out of money. Nein, verdammt. Wäre das mit der Nahrung am Anfang doch noch nicht passiert. Okay, ja. Kann durchaus sein, dass ich das nochmal neu starten muss, ja. Ja, es ist hier jetzt schon durch. Und da kommt noch ein bisschen was. Okay, wer zieht sich zurück? Ihr stellt meine Geduld wahrhaft auf die Brücke. Kommt mal mit hier rüber. Wir stehen zu diensten. Okay, aber jetzt zieht er sich, glaube ich, alle zurück, ne? Ja, doch, sieht gut aus. Naja, gut ist relativ. Ah, das hat jetzt ganz schön Truppen wieder gekostet. Aber noch läuft es so weit, also man, da ist noch nichts verloren. Man kann sich noch mal wieder neu aufbauen. Und ich würde jetzt ungern einfach resetten, also... Ne, da mache ich lieber einfach weiter. Und probiere nochmal, das ein bisschen rumzureißen. Eure Beliebtheit steigt. Wir sind bereit. Was wünscht ihr? Einer für alle! Ich jetzt mit einer etwas größeren Masse an Schwerkämpfern kommen, dann sollte das eigentlich für die eine Schlange da hinten reichen. Seht es endlich ein. Ich mit Katapulten hier aufschieße und dann direkt hoch. Ja, es könnte, könnte was werden. Das Problem ist, die werden halt so ausgebremst hier vorne. Naja, hat mir wieder alles angezündet. Scheiße. Der gelbe nervt auch so tierisch. Vielleicht mache ich den doch lieber als erstes weg. Der ist nämlich am nächsten dran. Ja, ich mache den gelben, glaube ich, zuerst weg. Ich brauche definitiv mehr Gold. Keine Steuern sind gute Steuern. So lautet meine Devise. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Och nein, er hat mir das Eisen angezündet. Die Steinbrüche sind auch weg. Problematisch wird es bloß, wenn ich den angreife und in dem Moment dann der Rote hier, äh, der Orangene hier kommt. Wir sind bereit. Wir folgen euch, Herr. 2, 3, 4, 4, 6. Ihr geht mal hier hin. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Ach, der Ballist steht schon gar nicht mehr drauf. Okay. Na, dann habe ich euch jetzt umsonst geholt. Naja, wobei nicht ganz. Ihr könnt nachher die Katapulte benutzen. Die Steine müssen weg. Ich brauche Geld. So, mal ein bisschen Steuern erheben. Ach, jetzt schießt der mir da wieder die Arbeiter weg. Das gibt's nicht. Der war gerade fertig mit Holzliefern. Na, wobei, vielleicht schafft er es ja noch. Komm, ich glaube an dich. Gut, die beiden Holzfäller schaffen es rein. Das Volk liebt euch, mein Lord. Ha, ha, ha. Ich brauche mehr Schwertproduktion. Ich habe kein Holz. Und auch kein Gold. Kurz gesagt, ich habe einfach nix. Katapult ist böse. Katapult ist ganz böse. Das ist eine Masse an Lanzenträgern, die da kommt. Na, die erreichen aber nix. Na, da kommen noch mehr. Eine Nachricht der Schlange. Er ist erst raus, mein Freund. Seht es endlich ein. Ach, fackeln die mir schon wieder alles ab? Das gibt's doch nicht. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Kommt mal hier mit dazu. Also wirklich, jetzt habe ich die Leute. Jetzt ist kein Holz für Waffenproduktion da. Eine Nachricht der Schlange. Ah, ihr stellt meine Geduld wahrhaft auf die Probe. Noch einmal lasse ich das nicht durchgehen. Jetzt ist die Ochsenjoche wieder verbrannt. Wie das ich jetzt hier das Holz holen will. Ich würde ja gerne mal einen Störtrupp an Bogenschützen machen, aber mir fehlen halt so momentan die Mittel dazu. Könnte ich schön hier unten bei seinen Farmen in Deckung gehen lassen und dann schön wechsnipern, wenn hier immer den Rest der ankommt. Also bringen wir die Holzfäller. Hier ist auch nicht viel. Die Ochsenjoche auch nicht. Die werden einfach die ganze Zeit abgeschossen. Mein Herr, sind auf dem Weg. Vielleicht bringt's ja irgendwas. Wir benötigen Steine. Eure Befehle? Ja, in Sachen Map Control haben die mich jetzt schon ganz schön stark zurückgedrängt. Aber na gut, die sind doch in der Überzahl. Wir sind bereit. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Ja. In Bewegung. So, hier verteid ich mir mal da hinten mein Eisen. Ich brauch das noch. Ja, das könnte wirklich eine längere Mission werden. So, ich speichere mal kurz. Speichern. So, was sagt die Zeit? 39. Okay, ein bisschen ist noch. Wir sind bereit. 24 Schwertkämpfer, die reichen noch nicht aus. Ich brauch noch mehr. Steuern mal kurz aus, damit die Beliebtheit sich ein bisschen regeneriert. So, jetzt kommen auch wieder ein paar Bögen rein. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Bereit. Mein Bogen ist euer. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Ach Gott, da kommt der Rote schon wieder. Eine Nachricht der Schlange. Was? Ihr lebt noch? Na, nicht mehr lange. Den jetzt anzugreifen wäre allerdings auch gar nicht so verkehrt. Wenn er jetzt seine Angriffsarmee los schickt. Na, wobei, der hat immer noch sehr viel Verteidigung dabei. Aber größtenteils halt bloß Sklaven. Sklaven und Bogenschützen. Ich darf mit den Schwertkämpfern reinhauen. Aber ich glaube, die sind nicht rechtzeitig da. Bis dahin hat er wieder, weiß ich wie viele Truppen. Oh, die haben da Leitern aufgestellt. Geht mal hoch da hinten. Na, er kam wieder mit Katapulten. Okay, warum kommen da so viele Rüstungen und so wenig Schwerter? Das ist ja... Ich dachte immer, die Schwerter werden schneller im Produzieren. Anscheinend habe ich mich getäuscht.